Ich heiße Lionel, bin acht Jahre alt und spiele über 60. Was geht ab? Wir sind weg auf dem Fußballplatz und heute haben wir direkt das nächste Talent am Start. Wir sind in München hier in Trudering und Freunde und viel zu schnacken, komm mal her Lionel. Leute, wir haben einen kleinen Skiller von 1860 München am Start. Stell dich noch mal ganz kurz vor für die Kamera. Ich heiße Lionel, bin acht Jahre alt und spiele über 60. Wir haben es gehört und Freunde, wir wollen natürlich schauen, was er drauf hat und nehmen uns jetzt mal einen Ball und dann schauen wir was los. Was kannst du hier? Let's go! Ich spiele jetzt einfach ein bisschen hin und her. So, rechts, links. Jawoll. Okay, okay. Passspiel ist schon mal sehr gut. Sehr gut, sehr clean. Von wem hast du das gelernt, das Fußball? Von meinem Papa. Oh, okay. Hat schon mit drei angefangen. Mit drei angefangen mit deinem Papa? Ja. Und was macht dein Papa? Der ist jetzt bei RB Leipzig. Ah. Okay, also Leute, dein Vater ist Manuel Baum, war auch bei Augsburg Trainer. Und war bei 60 im Tor. Und war bei 60 im Tor, Leute, ihr seht's. Ja gut, okay. Kannst du so ein paar Tricks auf dem Boden? Ich habe einen eigenen. Okay, mach mal. Habe ich mir erfunden. Erfundener Trick. Boah, okay, okay. Wie hast du das gemacht? Kannst du mir mal beibringen? Also, ich habe Schere. Dann habe ich mit der Innenseite so. Und V-Kart. Okay, 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 okay. Also, Schere, zack, 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 so? Ja. Okay, okay. Okay, war der gut? Ja. Okay, mach du nochmal. Boah. Okay, die Ballführung ist auf jeden Fall nicht schlecht, Freunde. Sagen wir gehen mal zum Dribbelparcours. Wir machen mal einen kleinen Dribbelparcours. Okay, Freunde. Ja. Ihr kennt die Challenge vom Skillers Combine. Lionel, ich zeig dir mal, was wir jetzt machen. Und wir testen mal dein Dribbling und deinen Schuss. Und dann schauen wir einfach mal. Okay. Und los. Jawoll. Tempo, Tempo, Tempo. Jawoll. Und aufnehmen. Und durch. Schön. Schön. Boah, das ist super, das ist super. 8 Sekunden. 9, 10. Okay. Und. Im Winkel, Leute. Stark. Ja, das war gut. 10,45. Guter Schuss. Ja. Soll ich mal probieren jetzt? Mal sehen, wie viel ich schaffe? Okay, Leute. Ich Premiere. Ich probiere es jetzt auch mal. Willst du dann die Zeit stoppen? Ja. Und. Stop. Und? Ich kann es nicht lesen. Okay, 9,58. Ich bin ein bisschen unbeweglich mittlerweile, aber dafür gar nicht so schlecht, oder? Ja. Was ist denn wichtig beim Dribbling? Dass man eng um die Hütchen. Okay. Und viele Kontakte. Das war gut. Bist du bereit für den zweiten Durchgang? Ready. 10,5 hattest du letztes Mal. Go. Das gilt es zu schlagen, okay? Ja. Auf die Plätze fertig. Los. Jawoll. 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 Super. Schön mit der Außenseite. Super enge Ballführung. Komm, 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 komm. Boah. Aber Leute. Der Schuss ist gut. 10,8. Das gleiche. Woran hat es gelegen? Caillou. Woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt es gelegen? Willst du nochmal machen? Ja. Ich will mich besiegen. Er will mich besiegen, 9,6 Kitzel zu schlagen. Wenn du nur mit dem linken Fußball führst, bist du schneller. Trauma. Okay. Er mag nur mit dem linken Ball führen, aber Lionel mach es so, wie du dich mit Kopfflöbel führst, okay? Der Müller hat er verliert, ne? Okay. Das. Oh Gott. Klammer jetzt. Komm, 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 komm. Das ist klammer. So, das ist gut. Das ist gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 9,5 Sekunden. Ja. Ja, ein Tick schneller war er. Tick. Leute, der ist ja immer schneller als ich hier. Was ist das? Und er gibt bessere Tipps. Dafür ist er Trainer und ich nicht. Also Leute. Ja, Lionel auf jeden Fall. Nein. Ich gebe ihm noch eine Chance. Oh, er gibt mir noch eine Chance? Okay, okay, Leute. Aber nicht falsch stoppen, okay? Wir haben das alles auf Kamera. Okay. Das ist mir noch eine Chance, Leute. Also jetzt ist der Druck hoch. Und irgendwelche Tipps vom Meistertrainer? Ein Fuß. Schau, dass du dich nicht verletzt. Schau, dass du dich nicht verletzt sagst. Ja. Okay. Wenn ich losgehe, darfst du los, okay? Was haben wir? 12,93. 12,93. Okay. 12,93. Witzig. Fair. Habe ich wohl verloren. Lionel? Sehr gut gemacht. Nee. Ich habe ein bisschen geschummelt. Er hat ein bisschen geschummelt. Also soll ich nochmal machen? Ich würde sagen, ich mache einfach nochmal, oder? Okay. Und du stoppst richtig. Ja. Oh nein. Nein. Weiter. Weiter. Okay. Er sagt weiter. 20,71. Okay. Habt ihr gehört? 20,71. Also Leute. Leider hat mich Lionel hier geschlagen. Aber Lionel, ich habe gute Nachrichten für mich. Nicht Lionel. Lionel, wir machen jetzt eine Schuss-Challenge, okay? Ja. Kreuzel. Wir haben schon gesehen, der junge Mann hat ein gutes Dribbling drauf. Die erste Challenge hat er gewonnen. Yes. Aber jetzt machen wir eine Schuss-Challenge. Und die gewinne ich. Schauen wir mal. Okay. Also drei Schüsse, Lionel. Unten gibt ein Punkt, oben gibt zwei Punkte. Schnick, schnack, schnack, schnack. Wer anfängt? Schnick, schnack, schnack. Wer soll anfangen? Du. Okay, ich fange an. Der verliert zwei. Ja. Und rechts oben. Ich darf ihn nicht verlieren, ey. Und rechts oben. Komm, ich mach mal einen sicheren. Und rechts oben. Und rechts oben. Rechts oben zwei. Und links auch. Oh mein Gott. Ja. Oh. Ja, okay. Also ein Punkt. Erste Runde. Wer zuerst zwei Runden gewinnt, okay? Wer zuerst zwei Runden gewinnt, okay? Ja, wer zuerst zwei Runden gewinnt, okay? Oh nein. Oh Leute, was ist das hier? Er hat jetzt schon die erste Runde gewonnen. Ja. Egal, mach weiter. Okay, das war nichts. Ja. Aber. Okay, das war nichts. Okay, jetzt noch ein Abwurf. Achtung. Annehmen. Nochmal, nochmal. Annehmen. 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 Runde. 1. Bist du sicher unten? 1. Drei. Scheiße. Nein. Das ist mein Ball. Okay, drei. Drei. Gemein. Okay. Okay. Jetzt muss ich weiter greifen. Aber ich kann noch gewinnen. Kannst noch gewinnen. Oder unentschieden. Zweimal oben. Bitte. Schade. Egal. Mach noch den letzten. Hab verloren. Einmal ein Kontakt. Und schieß. Ja, okay. Okay, okay. Eine entscheidende Runde. Ich bin gespannt. Ich muss ja wieder vorlegen hier. Ich versuch. Und dann schauen wir mal, wer das Ding holt. Ja, okay. Einer. 1. 1. 1. Der darf nicht. Drei. Drei. Oh. Immer noch drei. Super. Oh. Fünf. Leute, das war nicht schlecht, oder? Scheiße. Fünf. Der Druck ist hoch. Aber ich verliere nicht extra. Das muss man sich schon verdienen, ja? Ja. Okay, Lionel. Let's go. Bitte. Alle Zeit der Welt. Warte mal. Willst du nicht lieber den Ball nach rechts legen? Dann hast du Platz. Scheiße. Okay. Nicht aufgeben. Komm. Schaffst du. Schade. Warte. Jetzt muss ich treffen. Warte. Ja? Alle zwei. Ja. Ja. Mann. Mann. Oh. Nochmal, nochmal. Ah. Okay. Ich darf es nochmal. Ja, okay. Du darfst nochmal, weil er darfst immer. Ja. Ja. Hu. Komm. Konzentrier dich. Du schaffst es doch. Wir haben es gesehen. Oh. Schon wieder. Nochmal. Ja, okay. Nochmal. Ja, okay. Nochmal. Ja, okay. Konzentrier dich. Yeah. Okay. Zwei. 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 Warte. Wir gehen wieder nach da. Was habe ich nochmal gehabt? Fünf. Fünf. Okay. Schade. Ich habe verloren. Egal. Mach noch den letzten. Noch den letzten. Aus Respekt. Einmal aufdorzen, einmal mitnehmen. Genau. Und boom. Okay. Schade. Trotzdem. Trotzdem ein guter Erst. Wir haben gesehen. Er hat schon eine gute Schusstechnik auf jeden Fall. Ist noch ein bisschen im Kopf. Manchmal ein bisschen nicht dabei. Aber kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Im Dribbling-Parcours. Sehr stark. Jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. So, Lionel. Letzte Challenge. Die erste hast du gewonnen. Dribbling. Zweiter habe ich gewonnen am Ende. Und jetzt machen wir die dritte Challenge. Tennisbälle. Und zwar. Der Ball kommt. Zehn Versuche. Hier rein. Und dann müssen wir versuchen, dass er hier drin bleibt. Ja. Ja. Eins für eins. Ja. Nee. Ja. Zwei von drei. Drei von vier. Boah. Jetzt geht es aber los hier. Vier von fünf. Nee. Vier von sechs. Ja. Ja. Fünf von sieben. Nee. Fünf von acht. Ja. Sechs von neun. Stark. Stark. Wieviel habe ich? Stark. Sieben von zehn. Ja. Oh Leute, das wird schwer als Toppen. Aber gut. Ne? Ja. War aber fies. Boah klar. Das ist nicht schwer. Wenn du... Eins von drei. Wenn du jetzt einen weg machst. Ja, ja, ja. Eins von vier. Hast du verloren. Verloren. Eins von fünf. Du hast verloren. Eins von sechs. Leute, das gibt es doch nicht. Der hat verloren. Eins von sieben. Zwei von acht. Drei von neun. Und verloren. Okay. Vier von neun. Leute, wir haben einen Sieger. Ihr habt es gesehen. Er hat auf jeden Fall eine super Technik. Schon eine echt gute Ballkontrolle. Also Leute, schreibt gerne rein, mit wem wir die nächste Challenge machen sollen. Mit mir. Schon wieder mit dir. In zwei Jahren wieder. Dann schauen wir, wie du dich verbessert hast. Okay. Und ja. Liked gerne das Video. Wo sollen wir als nächstes hinkommen? Wo sollen wir auch für ein Skillers.com ein hinkommen? Schickt uns eure Videos. Freunde, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, was sagen wir? Bis zum... Bis morgen. Bis morgen. Okay. Na gut. Ciao. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.